Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Luna und heute spielen wir wieder Adopt Me. Ja Leute, jetzt ist es endlich soweit. Die BFF Party beginnt bald. Und... Ähm, ja. Wir müssen nochmal ganz kurz was klären und bis gleich... Und ja Leute, es ist halt auch Abend. Und zwar, es ist gleich 21 Uhr. Ja, ich habe jetzt einfach mal so ein anderes Outfit an. Und Leute, ich habe mich jetzt gar nicht für Marzipan entschieden, sondern für... Für meinen Jerry, für meine Red, weil die ist nicht so groß. Und ja. Deswegen, geh nur mal aus meinem Haus. So. Und ja Leute, wir haben auch schon ein bisschen was vorbereitet. Also wir haben uns ganz viel Donuts und so gekauft. Oh, also ich habe mir ganz viele Donuts aus meinem Haus geholt. Und meine Freundin hat auch noch ganz viel Pizza. Und dann holen wir mal das Luna-Haus raus. Und ich freue mich so... Okay, warte mal. Ich freue mich, ach riesig. Ähm... Dann holen wir das Luna-Haus. Und da ist es. Und dann gehen wir gleich mal rein. Und ja, Leute, wir ziehen uns jetzt um. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind jetzt hier beim BFF-Room. Und ich schließe mal ganz kurz ab. Nicht, dass uns jemand bei unserer Party stört. Und ja, hier ist der Gemeinschaftsraum. Und dann ist hier halt unser geheimer BFF-Room. Oh Gott. Ich kann doch wieder nicht sprechen. So. Und jetzt... Ach Mensch, Jerry, ey. Ja, hast einen schnelleren Weg gefunden, nicht? Wie immer. Herr Schlaubi. So, jetzt machen wir mal ganz kurz die Tür auf. Ups, jetzt habe ich... Ach Mann. Jetzt habe ich... So. Jetzt schieben wir die Platte hier vor. Ach Mann, das klappt überhaupt nicht. So. Ach Mann. Und ja, bis gleich. Okay, Leute, wir müssen jetzt nur noch warten, bis es Nacht wird. Dann kann unsere kleine Party sozusagen beginnen. Ich finde das schade, dass das... Ähm... Das ist das Luna-Event, dass die Musik nicht bis hierher geht. Weil sonst hätten wir so eine ganz entspannte, schöne Musik. Und jetzt haben wir halt so eine... Naja, wie soll ich sagen? So eine ganz normale Alltagsmusik, sage ich einfach mal. Mich würde es auch noch freuen, wenn die Musik vom... Ähm... Winterevent noch da wäre. Wäre auch schön, aber naja. Und ja, ich habe ja meinen Raum vorhin schon gezeigt. Und... Ja, ich finde es mega schön. Und... Ja, dann bis gleich. Okay, Leute. Ähm... Ja, wir machen jetzt weiter mit dem Video. Und... Ja. Ich bin alles klar. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020